Musik 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 Wir sind hier beim vierten Rosetti Cup. Musik 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 Ich glaube, dass man nie aufgeben sollte, auch wenn man dann mal einen Rückschlag einstecken muss, dass man dann trotzdem sagt, okay, ich mache weiter und das ist mein Ding und ich lasse mich nicht unterkriegen und ich will das und ich schaffe das auch. Dankeschön für dieses Gespräch. Also, Pia-Sophie Remmel aus Remscheid, eine Sängerin, eine Karriere, die wir schon verfolgen und weiterhin verfolgen werden.